Na, wenn das nicht mein Lieblingsplatz im ganzen Park ist. Wir sind hier in einer geheimen InGen-Testanlage, in der die erste Generation der Jurassic Park-Mitarbeiter ausgebildet wird. Diese Einrichtung ist in jeder Hinsicht das Herz von Jurassic Park. Das Labor beherbergt unser wertvollstes Gut. Die Embryonen jeder sorgfältig rekonstruierten Dinosaurierrasse. Diese winzigen Fläschchen mögen unbedeutend erscheinen, aber in jedem stecken Millionen von Dollar und unzählige Jahre Forschung und Entwicklung. Wenn unter eurer Aufsicht ein Ei zu schlüpfen beginnt, benachrichtigt sofort Dr. Wu, damit er Dr. John Hammond höchstpersönlich alarmiert. Nun, da sind wir ja gerade rechtzeitig. Es sieht so aus, als würde jetzt ein Ei schlüpfen. Ihr wisst, was zu tun ist. Willkommen im Biotechnologie-Team. Untertitelung des ZDF für funk, 2017